Was hat die Altdacher Mannschaft Ihnen gebracht in den letzten Tagen? Mit was haben Sie zu kämpfen? Wie schwer ist die Aufgabe? Ja, die Aufgabe ist sicherlich kompliziert, sonst wäre ich nicht da. Zum 1 und zum 2 zum Kämpfen momentan ist natürlich schön, weil es ist eben die Bedienung mit den Schneeräumen oder mit dem täglichen Testing zum Beispiel. Das ist natürlich anstrengend. Und der Rest, wie gesagt, der Mannschaft kennenlernen, eine Spielidee zu geben, das macht Spass. Das habe ich vermisst die letzten 15 Monate, wo ich die richtige Herausforderung gewartet habe. Und ich bin froh, wieder da zu sein.